Willkommen bei Ich rauche nicht. Heute geht es um ein Einsteigerteil oder halt einen kleinen netten Begleiter auch für schon geübtere Vapor unter euch. Heute geht es um ein Teil wo ich aber nachschauen musste, wie man es genau ausspricht. Das ist es. Das ist das Felema Minikit von Lost Vape. Auf Deutsch auch schon Dilemma gehört. Das erinnert mich aber an Dilemma und damit hat das Ganze hier nichts zu tun. Das hier auf jeden Fall die Originalverpackung von diesem Teil. Ja gut, unspektakulär und keine ungewöhnlichen Geschichten. Hier sieht man auch schon, was hier alles mitkommt, aber das schauen wir uns natürlich jetzt mal im Detail an. Aber das Thema, was kommt hier alles mit, ist ganz wichtig. Achtung, es gibt hier verschiedene Packages. Nicht nur, dass es eine EU-Variante gibt und eine Nicht-EU-Variante. Dann gibt es hier auch noch zwei verschiedene Verdampfer. Es gibt das Ganze hier mit diesem Fertigkeulverdampfer, den ich euch jetzt hier dann zeigen werde. Und dann gibt es aber auch noch ein Pott-Tank. Wird auch unter diesem Namen halt dann hier verkauft. Wird halt dann wahrscheinlich Pott-Kit noch dann darauf stehen oder so. Also bitte achtet darauf, welche Variante ihr euch jetzt hier zulegt. Jetzt ist es so, bei den üblichen, denen, die ich meistens gefunden habe, das war jetzt nicht zwingend die EU-Variante, ist halt einfach ein anderes Tankglas hier verbaut und das hier kommt als Ersatzteil mit oder halt genau umgekehrt das Ersatzteil, sprich das Babelglas verbaut und dann kommt das gerade Glas mit oder halt andersrum. Die Ausstattung an sich sonst ist vollkommen ident. Die Sache ist halt dann wieder mal diese EU-Variante, bedeutet zwei Milliliter, das heißt, ihr habt das gerade Glas verbaut. Aber wie gesagt, das Babelglas kommt mit dazu. In der anderen Variante, in der Rest-der-Welt-Variante habt ihr das Babelglas verbaut, 3,5 Milliliter Tankinhalt und das Stoete-Glas kommt mit. Klingt verwirrend, aber eigentlich wurscht, was ihr euch für eines kauft. Wichtig ist halt nur, dass ihr darauf achtet, nicht das Pot-Ding dann hier so zu kaufen. Da kann ich auch nichts dazu sagen, weil das habe ich nicht, sondern eben hier mit dem Fertigkeulverdampfer. Ich habe hier den UB Light Tank oder UB Light Tank und nicht den UB Light Pot Tank. Das ist eben hier der Unterschied. Der Rest des Paketes ist vollkommen gleich. Was kommt ihr eben mit? Natürlich, die Kombi, um die es eben heute hier gehen soll. Also ein Tank, ein Akkuträger, zwei Coils kommen hier mit. Das ist einmal ganz gut. Wir haben 0,3 Ohm Coil und 1,2 Ohm Coil. Genauere Bezeichnung UB Light L7, das ist die 0,3 Geschichte und UB Light L8, das ist 1,2 Ohm. Das bereits erwähnte Ersatzteilchen kommt eben mit. Hier der Ersatztank, Ersatzteiltüte und eigentlich noch ein zweites Triptip, das ich aber jetzt hier nicht finde. Keine Ahnung. Es kommt ein eigenes Triptip mit für RDL, das ist halt wieder kleiner und kürzer. Oder ist das hier drinnen? Gefunden. Ich habe es wieder dort hingegeben, wo es eigentlich auch ursprünglich war. in der Ersatzteiltüte. Also das hier kommt hier eben mit. Das hier ist eben ein kleineres Triptip und ich nutze natürlich hier das MTL Triptip. Typ C, Ladekabel haben wir dabei und dann kommen wir natürlich. Ohne Zettelchen geht es natürlich auch nicht. Wir haben hier eine Kurzanleitung, die vollkommen ausreichend ist und ich weiß jetzt nicht mal mehr, ob hier auch Deutsch dabei war. Ja, ist hier auch auf Deutsch mit ein paar kleinen Bildchen. Aber ihr werdet sehen, das ist eine ganz einfache Geschichte und hier auch nochmal zum Tank eine Anleitung und unnötige Warranty-Card, die glaube ich kein Mensch jemals irgendwo verwendet hat. Ich denke ganz ein anständiger Lieferumfang. Jetzt schauen wir uns hier mal den Verdampfer als erstes an. Es ist, das nehme ich gleich mal vorweg, ein immer dichtes Gerät hier bei mir gewesen. Ja, es ist ein Fertigkeuler. Das heißt, lasst ihr das jetzt hier mal wochenlang einfach unbeachtet im Eck stehen und es ist noch befüllt. Wird es auch hier undicht. Ja, Fertigkeuler. Das haben die halt mal so an sich, aber im normalen Gebrauch, wenn ich hier einfach vor mich hin dampfe und nachfülle und so weiter. Kein Problem gewesen. Ja, wir haben hier natürlich oben einen 5-10er-Triptipp. Das habe ich schon mal kurz erwähnt. Zwei kommen mit. Wir haben einen Top-Filler. Also Kappe abnehmen und hier könnt ihr links und rechts die beiden Öffnungen hier dann benutzen, um zu befüllen. Bitte nicht hier in die Mitte hinein. 3,5 Milliliter eben hier in der Bubble-Class-Variante. Ja, auch die Gewinde laufen okay. Ja, hin und wieder hackt mal. Da muss man hier mal so nachziehen, wieder abnehmen und wieder neu raufgeben. Aber im Großen und Ganzen macht das Ding eine ganz gute Arbeit. Hier unten haben wir die Airflow-Einstellung. So, da haben wir Anschlag links und rechts und vielleicht nicht der allergrößte Vorteil. Wir haben es auf jeden Fall immer beidseits. Ihr könnt hier nicht nur eine Seite anwählen, sondern das hier, die ganz, ganz offenste Geschichte und hier quasi die offiziell kleinste, aber eben auf beiden Seiten. Das heißt, möchte ich nur das hier anwählen. Das wird so 0,8 wahrscheinlich jetzt hier so sein. Muss ich es halt schon so einstellen, dass ich hier so das fast verschließe und dann ist auf beiden Seiten fast verschlossen. Dann habe ich quasi, ja, ein geöffnetes, kleines Fensterchen hier dann so frei, eine kleine Luftführung und dann habe ich sehr wohl einen straffen Zug. Einmal hier von unten her gezeigt, bitteschön, Fertigkeuler nicht auf mechanischen Geräten verwenden, immer nur auf geregelten Akkuträgern, der hier ja auch mit dabei ist. Wenn ich hier unten aufschraube, dann sehen wir jetzt hier die Position, wo eben dann die Keul eingesetzt werden soll. Hier, die ist jetzt hier schon benutzt. Ich nehme jetzt hier mal eine neue Keul und die verbauen wir jetzt hier mal, damit auch die Anfänger hier so sehen, die noch nie sowas hier gemacht haben, wie einfach es denn ist. So, die Keul kommt hier eben in so einem Blister damit, das heißt hier einfach rausdrücken. Auch die Ersatzkeuls, die ihr euch dann zulegen könnt, sind dann eben entsprechend verpackt. Ihr habt hier so große Öffnungen. Auf diesen großen Öffnungen seht ihr Watte da durch. Ja, dann nehmen wir jetzt mal das Liquid und packen hier auf jede dieser Öffnungen einfach so ein Tropfen Liquid darauf. Ja, das machen wir halt jetzt hier wirklich mit jeder Öffnung, die wir da hier sehen, dass sich das Liquid hier ausbreiten kann und die Watte ein bisschen Liquid schon mal aufnimmt. Das Teil hier umdrehen, ja, und dann setzen wir die Keul ein. Wir setzen die Keul einfach ein, indem wir hier da raufdrücken und die Geschichte ist fertig. Hier seht ihr dann auch da unten den Weg, den dann die Luft zur Keul nimmt und dann schrauben wir das Teil hier wieder zusammen. Damit ist der Keuleinbau erledigt. Das müsst ihr halt je nach Dampfverhalten, je nach Liquidverhalten, je nach Watte von der jeweiligen Keul, die reagiert halt jetzt immer wieder ein bisschen anders auf das Liquid und auf euer Dampfverhalten. Ja, alle paar Wochen austauschen, vielleicht bei, so wie ich es halt irgendwie so bevorzuge, so süßere Geschichten und so, auch schon mal öfter. Aber das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich komme hier so rund eineinhalb, zwei Wochen aus mit einer Keul, mit zugegeben relativ viel süßem Liquid. Warum ich jetzt zugeschraubt habe, weiß ich nicht, war unnötig, denn wir befüllen natürlich jetzt hier auch noch den Tank. Oben aufschrauben und ich habe gesagt, links oder rechts hier einfach das Liquid Einfüllen und wieder zuschrauben und auch das ist dann erledigt. Ja, also hier, wie gesagt, kann es schon mal sein, dass das Gewinde hier nicht hundertprozentig sofort greift. Ist mir jetzt hier auch gerade passiert, aber prinzipiell okay. Worauf ich jetzt gar nicht wirklich so geachtet habe, bitte schließt beim Befüllen am besten auch die Liquid, die Airflow, also hier unten den Ring und öffnet das dann erst, wenn das Ganze hier wirklich dann zum Einsatz kommt. Das heißt, wenn ihr das Ganze hier wieder darauf geschraubt habt. Achtung, jetzt ist die erste Wicklung da drinnen. Also die erste Keul, eine neue Keul, so stimmt es. Dann reicht nicht hier so ein kleiner Tropfen da überall rauf zu geben und einfach sofort hier volle Pulle drauf loszudampfen. Gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, wartet ein paar Minütchen ab. Jetzt quatsche ich sowieso so mal rum und dann rede ich noch ein bisschen über auch den Akkuträger und dann auf jeden Fall kann man dann schon dampfen. Ja, wichtig ist eben, dass die Watte nicht zu trocken ist, dass hier eben nichts verkokelt, ja, die Watte nicht verbrennt. Keine Angst, dann verbrennt euch hier nichts außer die Watte. Schmeckt halt dann nur richtig, richtig scheiße und diese Keul könnt ihr dann wegschmeißen. Leider. Deswegen lieber warten, bis die Watte gedrängt ist mit Liquid und dann könnt ihr dampfen. Insgesamt werden hier drei verschiedene Keuls angeboten. Zwei kommen hier eben mit. Wir haben 0,3 Ohm für bis zu 45 Watt. So viel Leistung gibt dann übrigens auch der Akkuträger hier aus. Eben dann für Direct-to-Lang-Geschichten, also den Dampf direkt auf Lunge ziehen. Dann haben wir dann auch noch die restriktive DL-Variante oder offene MTL-Variante. Kann man jetzt nennen, wie man möchte. Das wäre dann die 0,6 Ohm. Da könnt ihr dann so zwischen 20 und 30 Watt damit dampfen und 1,2 Ohm bis zu 11 Watt. Meine Lieblings Keul, weil meinem Dampfverhalten am ehesten entsprechend. Eben Maustolang, also den Dampf zuerst in den Mund und dann einatmen und dann wieder ausatmen. Sehr klassisch hier in Mitteleuropa Zigaretten ähnlich. Kommen wir jetzt eben zum Akkuträger. Ein kleines kompaktes Teil. Wir haben hier einen Feuerbutton. Sitzt gut, hat einen guten Druckpunkt und auch nicht schwammig oder so, also wirklich in Ordnung. Wir haben hier ein 0,69 Zoll LED Screen. Die wichtigsten Infos sind hier eben abzulesen. Ja, also wir haben hier in der Mitte mal so ganz groß. Hier seht ihr die 13. Da sind wir jetzt hier eben in der Leistungseingabe. Also mit wie viel Watt ich das Ganze hier betreibe. Dann haben wir den Widerstand der Keul. Der ist hier unten mit 0,35 jetzt hier eingelesen worden. Da muss ich jetzt selber schauen. Hier oben haben wir dann noch den Akkustand. Ja, es ist ein Akku hier drinnen verbaut mit 1500 mAh. Dann haben wir auch noch den Puffcounter auf dieser Seite. Und was habe ich noch vergessen? Natürlich, ja. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt wirklich lesen. Die Volt, wenn ich hier dann drauf drücke und feuere. Also auch das wird mir hier angezeigt. Mehr nicht. Mehr brauche ich auch nicht, denn das Teil hier kann nichts anderes, außer eben die normale Leistungseingabe. Wir haben hier einen Plus- und einen Minus-Button und wir haben hier unten dann noch den Anschluss für das Ladekabel. Auf der Unterseite jetzt gerade mal hier nur vielleicht interessant Entgasungslöcher. Mehr haben wir hier nicht. Wir haben hier auf der Seite Lost Vape. Darauf stehen. Und hier eben nochmal die Bezeichnung des Gerätes selber. Hier ein bisschen so gummiert, eine Fake-Leder-Optik. Sieht gut aus und greift sich auch sehr gut an. Die Maße bin ich jetzt nur schuldig. Die lese ich jetzt hier aber ab. 32 x 8 x 24,6 x 70,5 mm. So klein und handlich ist es hier eben, ist hier Edelstahl und eine Zinklegierung hier verbaut. Ja. Ihr seht das hier. Also schöne kleine Geschichte. Wenn ihr den Akkuträger selber so benutzen wollt, ja ich würde sagen so Sinn macht, hier bis 22 mm Verdampfer. Selbstverständlich könnt ihr auch, wenn ihr nur diesen Akkuträger wollt, den hier auch extra kaufen. Genauso wie ihr auch nur den Verdampfer hier extra kaufen könnt. Das hier ist jetzt eben das Kit, wo alles schon dabei ist. Habt ihr aber schon genug Fertigkeulverdampfer oder sogar auch RTAs. Ist ja vollkommen egal. Und ihr wollt halt einfach einen kleinen Begleiter für unterwegs hier als Akkuträger haben mit verbautem Akku. Ja, dann kann man das Teil hier auch extra kaufen. Ja. Ich muss gestehen, ich würde jetzt nicht, wenn ich schon einen Akkuträger habe und auf der Suche bin nach einem neuen Fertigkeulverdampfer, unbedingt den hier nehmen. Nicht, weil er schlecht ist. Da kommen wir jetzt im Fazit aber dann noch dazu. Bloß, weil es dann halt einfach meiner Meinung nach auch bessere gibt, die auch in einer guten Preisklasse zu finden sind. 5 bis 45 Watt. So viel kann das Teil hier ausgeben in, ich glaube, 1 Watt Schritten. Warum glauben? Wollen wir nur schauen. Ja. Einfach hier mal. Nein, in 0,1 Watt Schritten sogar. Und es gibt hier auch von der Bedienung nicht sehr viel zu sagen. Feuern, Leistung erhöhen und Leistung senken. Zwei Sachen gibt es noch. Zwei Kombinationen gibt es jetzt noch, die ich euch jetzt zeigen möchte. Ihr drückt den Feuerbutton und die Plus-Taste. Bisschen länger hier gedrückt halten und dann steht hier Locked. Das bedeutet, ihr könnt nicht mehr irrtümlich hier dann die Leistung verstellen. Ihr könnt aber sehr wohl feuern. Ganz eine gute Geschichte, wenn man das Gerät mit sich führt und Angst hat hier, dass es in der Tasche vielleicht sich irrtümlich verstellen sollte, wenn es irgendwo da drauf drückt. Oder man selber durch irgendwie ungeschicktes Handeln da mal irgendwo drauf drückt. Ja, so ist es dann fixiert und ihr könnt drauf losdampfen. Natürlich geht über den gleichen Weg auch wieder zum Entsperren. Einfach hier länger drauf und dann haben wir anlockt. Es hat einen Puff-Counter. Das heißt, dieses Ding zeigt euch eben auch an, wie oft ihr schon daran gezogen habt. Möchtet ihr das hier zurücksetzen? Hier den Feuerbutton und die Minus-Taste und dann nullt ihr, vielleicht habt ihr es jetzt hier gesehen, den Puff-Counter wieder. Aber das war es auch schon. Also wie gesagt, mehr kann es nicht, mehr will es auch nicht. Das ist das, was dieses Ding hier bietet. Ein kleiner Akkuträger, ein kleiner Fertigkeuler, 13 Watt und jetzt allerdings hier die für mich falsche Coil und ein geschlossener Airflow. Das macht dann nicht so richtig Sinn. Machen wir es auf. Und ich glaube, es wird Zeit fürs Fazit, denn tatsächlich mehr zum Erklären und Herzeigen gibt es nicht. Ihr seht, Handling, wie man bei uns sagt, watschen einfach. Coil rein, Liquid rein, paar Minuten warten und los geht's. Also wie gesagt, schnörkellos. Schnörkellos, einfach in der Bedienung. Ich würde es auf jeden Fall jederzeit einem Anfänger am Einsteiger in die Hand geben. Lostweb ist ein bekannter Hersteller, also die wissen schon, was sie hier tun. Und jetzt erwarte ich ja auch fast schon Kritik aufgrund der Coils. Ja, habe ich doch bei anderen Fertigkeuls gerne mal was zu meckern. Würde mir hier im Traum nicht einfallen. Aus einem ganz einfachen Grund. Einsteigergerät. Das heißt nicht ein Einsteigergerät darf schlecht schmecken. Nein, das hier schmeckt alles andere als schlecht. Das hier schmeckt gut. Ausreichend gut für ein Einsteigerprodukt. Rühme ich mich aber jetzt als Hersteller und sage, ich mache wirklich so für die Top 3 Geräte am Markt hier Konkurrenzprodukte und möchte da mitmischen. So die besten Fertigkeule aller Zeiten und so weiter. Dann bin ich sehr wohl kritischer. Hier sage ich jetzt Schulnotensystem von mir aus ein mittelmäßiger Zweier. Das reicht komplett aus und das erfüllt dieses Teil hier allemal. Weg vom Tabak hin zum Dampfen. Ja, das ist der Auftrag auch von diesem Teil. Selbstverständlich kann man auch als erfahrener Dampfer, das hier so als Zweitgerät, als Gerät für die Arbeit, als Gerät fürs Auto, wie auch immer mitnehmen. Optisch muss ich nur jetzt mal sagen, gefällt mir halt die Bubble Glass Version nicht. Aber von mir aus, das soll mal so sein. Natürlich geht sich dann hier auch ein bisschen mehr Tankinhalt aus. Ja, statt zwei Milliliter in der TBT Version hier halt dann 3,5 Milliliter ist natürlich dann gut. Muss ja dann jeder wissen, was für ihn am besten passt. Nur rein optisch gefällt mir die gerade Geschichte besser. Die Coils halten meine süßen Liquids auch problemlos aus. Also hier auch keinerlei Abzüge. 1500 Milliampere Stunden sind natürlich jetzt hier aufgrund der Größe des Gerätes absolut vertretbar. Ich hätte mich dennoch gefreut, wenn es mehr gewesen wäre. Dafür aber klein und leicht. Irgendwo muss man halt hier Abstriche machen. Und habt ihr irgendwie keinen Bock mehr auf den Verdampfer, der da oben ist, ja, dann haben wir hier einfach einen handelsüblichen 5-10er-Anschluss und ihr könnt natürlich auch andere Verdampfer hiermit dann betreiben. Zugverhalten absolut okay. Das heißt, hier wirklich von relativ straffem MTL bis hin zu restriktivem DL. Ganze Palette wird hier quasi angeboten. Naja, ohne Luftwiderstand jetzt nicht. Also wirklich Scheunentor haben wir dann hier nicht. Aber absolut okay. Und für viele, viele Dampfgeschmäcker quasi geeignet. Soathit ist in Ordnung. Der Dampf ist angenehm. Haut mir jetzt einen so richtig in die Fresse. Ist auch sehr gut. Preis bin ich jetzt hier noch schuldig. Der war so je nachdem natürlich mal wieder, wo ihr schaut. 35 bis 45 Euro. Das heißt so im Schnitt 40 Euro für dieses Set. Fair, glaube ich auch für Einsteiger, Umsteiger, Interessierte kann man machen. Also richtige Negativpunkte. Wo jetzt sagen, und das ist ja schwerwiegende Geschichte, eigentlich gar nichts. Ja, der Akkuträger bietet halt eben jetzt auch nicht viele Möglichkeiten, aber ausreichend, ich wiederhole mich, für den Umstieg. Ja, einfach Watt, einfach Leistungseingabe und drauf losdampfen und das reicht doch eigentlich bei 99% der User aus. Positives dafür gibt es hier eben einiges. Ja, schaut euch das Ding an. Also ihr seht, handlich ein schöner Begleiter für unterwegs und auch für mich, muss ich sagen, für die Arbeit mitnehmen. Einfach so, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich brauche jetzt mal irgendetwas, das vielleicht auch mal nicht das Hochwertigste sein muss, sondern ein kleiner Alltagsbegleiter. Für zwischendurch absolut in Ordnung. Also schaut es euch an. Vielleicht hat es der Händler in eurer Nähe. Dann nehmt das Teil mal hier in die Hand. Füllt das Ganze mal selber und vielleicht ist es was für euch. Gut, das war es im nächsten Review. Wird es definitiv komplizierter, aber ich freue mich auch schon drauf. Ja, das ist ein eigenartiger RTA, der auf uns zukommt, der auf euch zukommt. Ich kenne ihn schon, ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie das Video dazu wird. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.